Kryptowährungen und Bitcoin sind nachweislich das beste Investment der letzten 10 Jahre. Keine andere Anlageklasse kommt da dran. Weder Aktien noch Immobilien. Dabei sollte man doch gerade an Ostern nicht alle Eier in einen Korb legen. Oder im Falle von Bitcoin doch? Naja, dennoch. Der Markt rund um Krypto ist für viele noch ein Mysterium. Und wenn du ein Neuling im Bereich der Kryptowährungen bist, dann bist du erst recht überfordert. An der Stelle sei dir schon mal gesagt, Bitcoin und andere Kryptowährungen sind eine Lösung für ein Problem. Wenn du das Problem aber nicht kennst, kannst du auch die Lösung nicht verstehen. Daher ist mein Ziel, Wissen über Kryptowährungen und Blockchain-Technologie in Deutschland zu verteilen und zu streuen. Und wenn ich dabei nur bei 100 Leuten einen Aha-Moment schaffe, auch okay. Tatsächlich birgt Bitcoin selbst ein wahnsinniges Innovationspotenzial, wie wir mit unserer Arbeitszeit, unseren Ersparnissen und generell mit Geld umgehen. Das hat dann auch konkret Auswirkungen auf die aktuelle Vermögensverteilung. Wer das gegebenenfalls verschläft, schaut am Ende vielleicht ziemlich dumm aus der Wäsche. In den USA beginnen jetzt auch die ersten Institutionen, Bitcoin als Assets zu nutzen. Und das kann tatsächlich einen Prozess mit ungeahnten Auswirkungen losstoßen. Alles dazu im heutigen Video. Hi, mein Name ist Thorsten und wir mit Investment unterstützen euch dabei, die richtigen Finanzentscheidungen zu treffen und teure Fehler zu vermeiden. Mein erster Kryptokontakt war bereits 2017, als ich in einem DAX-Konzern Teil einer Denkfabrik wurde, die sich damals mit möglichen Anwendungsbereichen von Bitcoin und anderen Kryptowährungen beschäftigt hat. Mit meinem Master in Finance und als Certified Crypto-Finance-Expert in der Schweiz versuche ich hier auf YouTube, die rationale Insights in den Kryptomarkt zu geben. Anders, als was noch viele Gurus da draußen aktuell tun. Dabei habe ich selbst mehrere Jahre in einer Bank gearbeitet und behaupte jetzt einfach mal, dass ich sowohl das traditionelle Bankensystem, aber auch die neue Welt sehr gut kenne. Natürlich bin ich selbst in Kryptos investiert und habe da auch schon ein paar wirklich abenteuerliche Dinge erlebt, die letzten Jahre, sei es mit Liquidity-Mining oder NFTs. Aber bevor wir uns jetzt schon hier verlieren, zurück auf Anfang. Bitcoin und andere Kryptowährungen sind eine Lösung für ein Problem. Aber wenn ihr das Problem eben nicht kennt, könnt ihr auch die Lösung nicht verstehen und entsprechend bewerten. Um jetzt zu verstehen, warum Bitcoin so eine Innovation darstellt, müssen wir kurz in der Geschichte zurück und uns erstmal überlegen, okay, was ist denn eigentlich Geld? Dazu müssen wir uns die Evolutionsstufen von Geld anschauen. Geld wurde schon immer verwendet, um Tauschgeschäfte zwischen verschiedenen Familien, Kaufleuten oder Unternehmern zu ermöglichen. Anfangs war es so, dass diese Tauschgeschäfte noch mit Sachgeld abgewickelt wurden, das heißt mit seltenen Muscheln oder später Rohstoffen wie Silber und Gold. Also Dingen, die von Natur aus her knapp waren. Wir sind dann irgendwann aus Gründen der Transferierbarkeit und der Einfachkeit auf das System Papiergeld umgestiegen. Das heißt auf Währungen von einem speziellen Emittenten, in der Regel Zentralbanken. Mittlerweile ist es so weit, dass wir auch elektronische Werte akzeptieren, also Buchgeld. Das heißt, wir tauschen gar keinen physischen Gegenstand mehr in Form von einer Goldmünze oder eben in Form von einem Euroschein unbedingt aus. Jetzt, welche Funktionen hat Geld? Das sage jetzt nicht ich, sondern deswegen schauen wir einfach mal zusammen an, was die Europäische Zentralbank dazu sagt. Funktionen von Geld sind einmal Funktionen als Tauschmittel, Funktionen als Recheneinheit zur Preisbestimmung und auch, ganz wichtig, als Wertspeicher zum Sparen. Jetzt haben wir die Europäische Zentralbank genommen, ganz einfach, weil sie der zentrale Akteur in Europa ist und auch wir in Deutschland die Währung vom Euro haben. An der Stelle ist die Frage, wie entsteht denn jetzt eigentlich dieses Geld? Also die EZB steuert im Endeffekt die Geldpolitik und zusammen mit den Geschäftsbanken wird Geld im Euro-Raum geschaffen. Das ganze System beruht am Ende des Tages auf Vertrauen. Dieses Vertrauenssystem nennt sich auch übergeordnet Fiat-Geld oder Fiat-Währungen. Warum? Diese Währungen werden, wie im Beispiel der EZB, von Ländern oder Regierungen zentral reguliert und kontrolliert. Beispiele sind ganz klassisch der Euro, der US-Dollar, Schweizer Franken oder Pfund. Und jetzt bei allen Fiat-Währungen, also Papier- und Buchgeld, ist es eben notwendig, dass wir zentrale Institutionen brauchen. Im Falle von Papiergeld brauchen wir eine zentrale Funktion, in dem Fall die Zentralbank, die diese Geldnoten auch vergibt. Dabei muss die Zentralbank sicherstellen, dass die Bevölkerung an die Werthaltigkeit dieser Papiernoten glaubt. Weil wenn ihr jetzt zum Bäcker geht und dort etwas kauft und ihr gebt einen 10-Euro-Schein, dann muss sich der Bäcker sicher sein, dass dieses Blatt Papier auch wirklich den Wert von 10 Euro hat und er sich damit etwas anderes auch kaufen kann. Dasselbe gilt natürlich auch für Buchgeld. Ihr kauft euch beispielsweise etwas in Ebay oder auf Amazon. Dann muss ja der Händler sich sicher sein, dass die 10 Euro, die ihr ihm jetzt überweist oder paypalled, auch wirklich als 10 Euro Wert haben. Man muss sich also am Ende des Tages auf zentrale Player verlassen und Vertrauen in das System, in die Fiat-Währung selbst mitbringen. Anders funktioniert das System nicht. An der Stelle stellt sich jetzt die Frage, okay, was ist denn Bitcoin? Wir haben dazu auch ein anderes Video erstellt, wo wir einmal in die technischen Details reingehen. Schaut euch das gerne an im Nachgang. Heute wollen wir das an der Stelle etwas abkürzen. Grundsätzlich ist es so, dass wir in diesem zentralen System von Fiat-Währungen immer zentrale Parteien haben, die im Endeffekt das Vertrauen schaffen müssen, aber auch erhalten müssen in der Bevölkerung, damit diese Systeme funktionieren. Jetzt war es allerdings so, dass in der Finanzkrise 2007, 2008, infolge der Lehman-Pleite, dieses Vertrauen massiv beschädigt wurde. Banken mussten mit massiven Summen gerettet werden. Die Zentralbanken haben alles versucht, um mögliche Bankruns und ein Scheitern des Bankensystems zu vermeiden. Entsprechend wollen wir hier vermeiden, dass es eben zentrale Parteien gibt mit Bitcoin. Stattdessen gibt es ein Netzwerk. Das heißt, die Gegenpartei ist jetzt nicht mehr eine Zentralbank oder eine einzelne Bank, sondern das Netzwerk selbst. Dabei hat Bitcoin folgende Vorteile. Es gibt eben nicht mehr diese Intermediäre. Es gibt keinen zentralen Emittenten, der die Geldpolitik steuert, wie er will. Und so wie Bitcoin technisch erschaffen wurde, ist es im Endeffekt die Entdeckung digitaler Knappheit. Warum? Bitcoin per se ist technisch auf 21 Millionen Stück limitiert. An der Stelle müssen wir uns einmal anschauen, wie Geldpolitik grundsätzlich funktioniert. Viertwährungen sind eben Währungen, die von einer Regierung, entsprechend von einer Zentralbank, reguliert und kontrolliert werden. Diese Geldpolitik nennt sich diskretionär. Was bedeutet diskretionär? Sie ist eben im Ermessen des Akteurs. Umgekehrt, Bitcoin hat keinen zentralen Ansprechpartner, keine zentrale Partei und löst dennoch viele Probleme, die auch das Fiat-Geld löst. On top ist es eben hier nicht so, dass es einen zentralen Emittenten gibt und entsprechend kann auch niemand zentral bestimmen, wie sich jetzt die Währung entwickelt. Ob es zum Beispiel einfach nächste Woche mehr Einheiten dieser Währung gibt. Umgekehrt, Bitcoin ist sogar wirklich ganz klar vorgegeben, rein technisch gesehen, dass es nicht mehr als 21 Millionen Stück Bitcoin mal geben wird. Entsprechend ist hier die Geldpolitik nicht diskretionär. Es gibt also niemanden, der hier irgendwie entscheiden kann, wie sich das Geldsystem weiterentwickelt. Die Innovation an Bitcoin ist jetzt, dass es sich eigentlich um eine Revolution der Computerwissenschaften handelt. Weil wir haben eine zentrale Datenbank, die ohne Administrator funktioniert und Bitcoin vereint an der Stelle als Asset drei Dinge miteinander. Es ist einerseits dezentral, es ist digital und es ist knapp. Schauen wir uns mal Güter an, die wir heute schon haben. Beispielsweise eine PowerPoint-Präsentation, wie diese hier. Die ist ganz klar digital und wenn ich sie an Freunde weiterschicke, ist sie auch dezentral verteilt. E-Books wiederum sind auch digital, werden aber durch gewisse Kopierschutzmechanismen oder zentrale Server verknappt. Gold wiederum ist dezentral und knapp. Aber nur Bitcoin ist am Ende des Tages dezentral, digital und knapp. An der Stelle ist jetzt die Frage, ob diese Innovation Bitcoin, ob das wirklich das beste Geld darstellt. Dazu vergleichen wir einmal Gold, Fiat und Bitcoin anhand verschiedener Parameter, die sehr wichtig sind für Geld und auch für uns als Gesellschaft. Das wären einmal die Mobilität, also kann man das Geld gut transferieren von Land A nach Land B. Ist es zum Beispiel teilbar? Wie ist das Geld verifizierbar? Kann ich sicher sein, dass es nicht gefälscht ist? Ist es knapp? Kann ich es also entsprechend als Wertspeicher nutzen? Wie verlässlich ist das Thema? Hat es eine lange Historie? Und ist es zensurresistent, also kann es nochmal vielleicht nachträglich verändert werden im Sinne von einem Akteur? Schauen wir uns einmal die Punkte an. Mobilität und Teilbarkeit. Sowohl Fiat-Währungen als auch Bitcoin sind gut transferierbar und teilbar. Bei Gold sieht es anders aus. Das ist in der Regel schwer und entsprechend schwer transportierbar. Aber auch teilbar ist sehr schwierig, weil jetzt hat nicht jeder einfach eine Waage dabei und irgendwie das Werkzeug, um jetzt den Goldbach zum Beispiel zu teilen. Wie sieht es aus mit der Verifizierbarkeit, Fälschungssicherheit? Bitcoin kann eben in diesem technischen Netzwerk nachgeprüft werden, ob es eine valide Transaktion darstellt oder nicht. Bei Gold- oder Fiat-Währungen sieht es anders aus. Dort müsst ihr mithilfe von gewisser, vielleicht auch chemischer Verfahren prüfen, ist das jetzt echtes Gold? Ist das jetzt der echte Geldschein? Thema Knappheit. Fiat-Währungen sind nicht knapp. Fiat-Währungen werden im Endeffekt im Prozess der Geldschöpfung aus dem Nichts geschaffen. Jedes Mal, wenn eine Bank einen Kredit begibt, wird Geld aus dem Nichts neu geschaffen. Das geht bei Bitcoin eben nicht so einfach, zumal Bitcoin auch irgendwann eine Obergrenze mit den 21 Millionen eben erreicht. Bei Gold ist es so, das ist in der Theorie auch sehr, sehr knapp. Man kann allerdings einfach mit einem größeren Aufwand oder auch größerem finanziellen Aufwand immer mehr Gold fördern. Also an der Stelle, Gold ist nicht so knapp wie Bitcoin in der Theorie. Gold hat allerdings den Vorteil, dass es natürlich als Zahlungsmittel eins der ältesten der Welt ist. Also seit über 2000 Jahren wird Gold teilweise als Zahlungsmittel akzeptiert. Da kommt Bitcoin natürlich mit 15 Jahren bei weitem nicht dran. Fiat-Währungen, da muss man jetzt schauen, von welcher Fiat-Währung man redet. Zum Beispiel der Euro ist noch nicht so alt wie der US-Dollar. Thema Zensurresistenz ergibt sich dadurch, ob es eine zentrale Partei gibt, die das Geld in dem Sinne vergibt oder beeinflussen kann. Das ist natürlich bei Fiat-Währungen nicht gegeben. Umgekehrt, Bitcoin ist geschützt durch das Netzwerk und Gold wiederum ist jetzt im Vergleich zu Fiat-Währungen deutlich schwieriger zu verändern. Man müsste es irgendwo anders hin transportieren, man müsste es jemandem stehlen und so weiter. Das geht nicht so einfach wie das jetzt die Notenbank sagt, okay, wir machen jetzt einfach mal doppelt so viel Geldmenge beispielsweise. Entsprechend hat Bitcoin einige Vorteile, die für Bitcoin auch schon heute sprechen. Die Weltfinanzkrise 2008 hat ja gezeigt, wie verletzlich das aktuelle Bankensystem tatsächlich sein kann und was eben passiert, wenn man sich nicht mehr auf Banken verlassen kann. So hat der Lehman-Kollaps wirklich weltweit Schockwellen verursacht und man hat sich wirklich gefragt, okay, welche Bank ist jetzt der nächste? Kann ich mein Geld auch noch bei der Citibank liegen lassen oder bei Merrill Lynch? Ist es bei UBS sicher? Und das hat einfach dazu geführt, dass Leute ihr Geld abgezogen haben und dann in den sicheren Hafen Gold gebracht haben. Warum? Wir haben ja gerade gesehen, Gold ist knapp, trotzdem Weltwert akzeptiert und hat einfach eine lange Historie. Entsprechend konnte Gold zum Beispiel als Art sicherer Hafen in der Finanzkrise sehr stark profitieren. Wenn wir uns jetzt anschauen, was die Bankenkrise aber noch gezeigt hat, ist, dass Leute einfach sichere Assets suchen, die außerhalb der Bankenwelt liegen. Wir haben jetzt hier einmal mitgebracht den Hauspreisindex, also stellvertretend für Immobilien und einmal den S&P 500, stellvertretend für den Aktienmarkt. Und ja, beide Asset-Klassen haben einen wahrhaften Boom seit der Finanzkrise erlebt. Einfach, weil Leute sich denken, okay, ist mein Geld bei der Bank denn wirklich noch sicher? In Deutschland habt ihr ja offiziell eine Einlagensicherung bis 100.000 Euro, aber spätestens dann solltet auch ihr euch überlegen, euer Geld anderweitig liegen zu lassen. Und dabei sind eben Immobilien oder Aktien eine gute Alternative, weil dort auch reale Werte oder in dem Fall von Firmen reale Cashflows-Ergebnisse hinten dran stehen. Nicht anders ist ja auch zu erklären, dass zum Beispiel mittlerweile in New York Wohnungen für 250 Millionen verkauft werden. Da benutzen oder missbrauchen eher schon Leute Immobilien als Wertsicherungsinstrument, weil man sich eben relativ sicher sein kann, okay, in 10, 20 Jahren wird in dem Fall das höchste Penthouse der Welt immer noch einiges an Geld wert sein. Bei Dollar oder Euro, die vielleicht irgendwo auf dem Konto liegen würden, weiß man das nicht so genau. Oder, beziehungsweise Leute spekulieren zumindest darauf. Ja, was ist jetzt passiert infolge der Corona-Krise? Ein alter Schreckgespenst, die Inflation ist zurückgekommen. Wie kam das Ganze? Naja, die Notenbanken und Staaten mussten einerseits Geld drucken und Schulden machen, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Ja, im Rahmen der Corona-Pandemie haben die Zentralbanken massiv unterstützt und jetzt kann man natürlich auch an der Stelle sagen, die Inflation, die wir jetzt auch die letzten Jahre erlebt haben mit teilweise 5, 6, 7, 8 Prozent ist nicht das Ziel der Zentralbank. Weil die Zentralbank weiß auch, ist die Inflation zu hoch, entwertet sich das Geld der Leute zu schnell und dann vertraut keiner mehr auf dieses Geld. Die Inflation an der Stelle ist ja auch mal gesagt, ist jetzt nicht nur auf das Gelddrucken zurückzuführen. Ja, es gab auch andere Faktoren, beispielsweise Konsum, Nachholeffekte infolge der Corona-Pandemie, die Leute waren daheim, konnten weniger konsumieren, das Geld wurde dann später ausgegeben. Plus, dass wir eben durch gewisse Deglobalisierungsmaßnahmen infolge der Corona-Pandemie Lieferengpässe auch erlitten haben. Das Ganze wurde dann durch den Ukraine-Russland-Konflikt nochmal verschärft. Dennoch ist es so, dass natürlich dieses steigende Schuldenniveau von den Staaten Anlass zur Sorge ist. Ja, wenn wir uns zum Beispiel die US-Staatsverschuldung anschauen, sind wir auf immer neuen Rekordlevels. 2028 zum Beispiel ist schon fast 45 Billionen US-Dollar Verschuldung auszugehen. Und ja, manche sprechen hier schon von einem großen Beben, weil natürlich viele Versicherer, Pensionsfonds, Privatanleger, ja, Banken, Vermögensverwalter irgendwo auch diese Schulden der USA in Form von Anleihen halten, in der Hoffnung, das Geld wieder zurückzubekommen plus Zinsen. Ja, und das wäre natürlich fatal, wenn hier die USA selbst in Zahlungsschwierigkeiten kommen würde. Damit nochmal kurz auf das Thema der Preisentwicklung verschiedener Assets zuvor, ja. Warum kaufen und spekulieren den Leuten mit Immobilien, Aktien, ja, und gehen hier immer größere Risiken ein? Einfach weil sie versuchen, einen sinnvollen Wertspeicher zu finden, weil eben das Vertrauen in Viertwährung zurückgeht. Ob das immer nachvollziehbar und rational richtig ist, ist ein anderes Thema. Trotzdem ist der Trend eben da, dass Leute bewusst Risiko nehmen, Immobilien kaufen, in Aktienmarkt gehen, um zu wissen, dass ihr Geld weiterhin irgendwo angelegt ist und eben dort idealerweise sich besser verzinst als in Viertwährung, die eben inflationiert und in Wert weniger wert wird. An der Stelle ist auch mal wichtig zu schauen, was sagen denn zum Beispiel Großvermögensverwalter zu diesem Thema und ist das nur ein kurzfristiger Trend? Hierzu hat Larry Fink, das ist der CEO von BlackRock, einem der größten Vermögensverwalter der Welt mit knapp 9 Billionen Assets under Management als verwaltetem Vermögen, zuletzt ein sehr, sehr spannendes Fernsehinterview gehalten mit teilweise echt krassen und extremen Aussagen. So sagt er zum Beispiel, wenn man Angst vor der Zukunft hat, wenn man Angst hat, dass die eigene Regierung droht, die eigene Währung zu inflationieren, also dazu führt, dass mein Geld quasi weniger wert wird, dann kann Bitcoin eben ein sehr, sehr hohes Potenzial haben, langfristig als guter Wertspeicher zu dienen. Es ging so weit, dass er gesagt hat, ja, Bitcoin is bigger than any government. Und jetzt, ohne sich jetzt hier in Verschwörungstheorien begeben zu möchten, oder jetzt mal ein bisschen die Luft bei den ganzen Bitcoin-Gurus hier auf YouTube rauszulassen, umso größer die Akzeptanz von Bitcoin wird, umso relevanter ist das Thema zukünftig. Wir sind noch weit, weit weg davon, dass Bitcoin, auch wenn es erstmal rein theoretisch, rein formal die Anforderungen für gutes Geld erfüllt, die Weltreservewährung oder die Leitwährung der Welt wird, ja. Aber trotzdem müssen wir jetzt erst einmal feststellen, dass auch mit den ETFs, die in den USA zugelassen wurden, das Thema Bitcoin und Kryptowährung der breiten Masse zugänglich gemacht wurden, ja. Und an der Stelle auch nochmal der Hinweis, egal wie viel Potenzial dort ist, macht bitte nicht die Dummheiten, nehmt keinen Kredit auf und kauft euch jetzt Bitcoin, ja. Wenn ihr ein Bitcoin habt, seid euch nicht sicher oder meint, dass eure Altersvorsorge gelöst ist, ja. Es ist trotzdem der Fall, dass die USA hier eine Vorreiterrolle eingenommen haben. Wir sehen das jetzt, die Bankenaufsicht, die SEC hat schon Bitcoin-ETFs zugelassen in den USA. Umgekehrt sehen wir in Europa andere Tendenzen, ja. Die EZB warnt tatsächlich eher davor, ja. Und sagt, okay, Bitcoin has failed to become a global decentralized digital currency, ja. Das ist eine relativ schwierige Aussage jetzt schon nach 15 Jahren zu treffen, ja. Aber man sieht hier einmal die konträren Ansichten in den USA und anscheinend in Europa zu diesem Thema vorherrschen. Jetzt mal unabhängig davon, wie die USA oder die Europäische Zentralbank dazu steht, wie lief es denn jetzt für Bitcoin die letzten Jahre? Festzuhalten an der Stelle ist einmal, dass die Bitcoin-ETFs, die Ende Januar erst zugelassen wurden, ja, schon Rekordvolumen erreicht haben. Nur der ETF von BlackRock hat schon über 10 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Und das in gerade mal sieben Wochen. Der letzte ETF, der das in so einer Zeit geschafft hat, ja, den gibt es gar nicht. Der Gold-ETF zum Beispiel, der damals aufgelegt wurde, hat zwei Jahre gebraucht. Wenn wir uns jetzt auch einmal anschauen, wie sich der Bitcoin-Kurs bewegt hat, ja, wir befinden uns in Euro schon wieder auf einem neuen All-Time-High. Und ja, es gab auch schon zuvor immer neue Höhen. Aber die Frage ist doch, wie viele Leute sehen Potenzial in Bitcoin, wirklich das bessere Geld langfristig zu werden? Ist Bitcoin ein sinnvoller Wertspeicher? Ist Bitcoin gegebenenfalls besser als Wertspeicher, als Aktien oder Immobilien? Das ist natürlich eine sehr, sehr große Wette. Aber jetzt muss man an der Stelle auch noch sagen, der Euro oder der Dollar, trotz unserer Staatsverschuldung und der Haushaltsdefizit, etc., sind immer noch recht gesunde Währungen. Wie sieht es denn in anderen Ländern aus? Nehmen wir doch zum Beispiel mal schwächere Währungen, damit das Ganze mal deutlich wird. Zum Beispiel in Argentinien. Also der argentinische Peso ist untergegangen zuletzt. Und hier zum Beispiel gab es schon viel, viel früher ein neues All-Time-High. Oder in der Türkei, auch dort, die Inflation ist galoppierend. Und auch hier die orangenen Linie zeigt es, das All-Time-High wurde viel, viel früher erreicht als in Euro. Selbst in einer Währung wie Yen, also in Japan, selbst diese Währung hatte früher ein All-Time-High in Bitcoin als Euro und Dollar. Jetzt ist einfach die Frage, wird Bitcoin weiter in der Akzeptanz steigen? Werden mehr Leute Bitcoin halten als Wertspeicher? Wenn das so wäre, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Bitcoin auch andere Assets überholt. trotz aller Euphorie, die jetzt da draußen herrscht am Bitcoin-Markt. Bitte verlasst euch nicht nur auf dieses eine Asset. Das wäre ziemlich naiv, meiner Meinung nach. An der Stelle, wenn es ums Thema Vermögensaufbau geht, lasst dich bitte beraten. Das größte Risiko für Anleger ist in der Regel das Thema Emotion und das kannst du mit einem guten Berater vermeiden. Gerne bei uns, gerne woanders. Holt euch auf jeden Fall einen Sperrungspartner dazu, der euch auch mal rationales Feedback zu euren Investmententscheidungen geben kann. An der Stelle noch ein kurzer Ausblick zum Thema Wertentwicklung. Aktuell ist es so, dass die Top 100 Kryptowährungen rund 2,4 Billionen Euro wert sind. Davon macht Bitcoin sogar die Hälfte aus, 1,2 Billionen aktuell. Wir hatten ja vorhin den Vergleich der besten Gelder da draußen. Und an der Stelle ist ja einmal gesagt, dass Gold immer noch eine 10- bis 12-fache höhere Marktkapitalisierung, also Gesamtwert weltweit, als Bitcoin. Entsprechend scheint hier schon noch Potenzial zu sein, wenn man eben an die Innovationskraft von Bitcoin per se glaubt. Kommen wir an der Stelle zur Zusammenfassung bezüglich Kryptowährungen. Gerade in der aktuellen Marktphase kommt man eigentlich um das Thema Bitcoin-Kryptowährungen nicht drum herum. Aber bitte versucht hier Gier und FOMO, also Fear of Missing Out, zu vermeiden oder zu reduzieren. Wie kann das funktionieren? Mein Vorschlag wäre der, wenn ihr bereits Gewinne erwirtschaftet habt, nehmt euren Einsatz raus, lasst die Gewinne weiterlaufen. Bitcoin und Kryptowährungen generell sind sehr volatil, da ist noch sehr viel Zukunftsmusik und auch sehr viel Potenzial zwar vorhanden, aber bitte seid so schlau und trefft ihr keine Entscheidungen, die euch eben finanziell existenzgefährdend sein können. Also nehmt keine Kredite auf, verschuldet euch nicht dafür, macht kein Hebel Trading und so weiter. Also bitte, wie bei allen anderen Assets auch, berücksichtigt Risikomanagement und auch ein Rebalancing. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.